Wer im Wasser getauft wird und somit Christus stirbt, den lässt du in deinem Erbarmen frei von Schuld zum neuen Leben auferstehen. Segne und heilige dieses Wasser, mit dem wir den Altar dieser Kirche und uns besprengen. Gloria in excelsis Pino. Gebeleis, 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 Gott, Vater, die Kumpel, Erahme dich, unser, Gott, sohn, der nöse, die Erahme dich, unser, Gott, Heiliger Geist, erahme dich, unser, Heiliger Teifaltiger Gott, erahme dich, unser, Heiliger Maria, Mutter Gottes, bete für uns. Heiliger Michael, bete für uns. Alle heiligen Engel Gottes, bete für uns. Heiliger Krist! Auch Abraham, der Vater unseres Glaubens, errichtete dir einen Altar und war in gläubigem Gehorsam bereit, dir seinen geliebten Sohn Isaac zu opfern. Auch Mose, der Mittler des alten Bundes, hat dir einen Altar erbaut und ihn besprengt mit dem Blut eines Lammes. So hat er auf dem Altar des Kreuzes zeichenhaft verwiesen. Alle diese Verheißungen hat Christus in seinem österlichen Heilswerk erfüllt. Als Priester und Opfergabe hat er sich am Stamm des Kreuzes dargebracht. Darum bitten wir dich, Herr unser Gott, gieße vom Himmel her deinen Segen aus über diesen Altar, der errichtet ist in deinem Hause. Für immer sei er die Stätte des Opfers Christi, für immer der Tisch des Herrn, an dem dein Volk gestärkt wird im heiligen Nahe. Amen. Amen.